Moin, ich bin komplett auf DJI umgestiegen, zumindest mit allen Quads, wo es reinpasst. Und da ich derzeit nur vier habe, zwei Freestyler, ein CineWoop und ein CineQuad, war das auch von den Kosten her jetzt relativ überschaubar. Aber der kleine Mann hier, da habe ich keine Chance, das mit einer vernünftigen Leistung reinzupacken. Und ich hatte aber auch einfach keine Lust, immer zwei Brillen in meinem Rucksack mit beizuführen. Und deshalb habe ich überlegt, okay, wie kann ich es machen, dass ich auf diesem Teil vielleicht Analog-Zeugs sehen kann. iFlight hatte da im Vorfeld einen Mod angekündigt und auf den habe ich erstmal gewartet. Und als das Video rauskam, war ich aber ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Denn was iFlight macht ist, die nehmen die gesamte DJI-Brille hier komplett auseinander, nur um im Endeffekt hier unten einen Klinkenstecker von hinten dran zu löten. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen, naja, das ist doch Panne irgendwie. Da mache ich mir ja die Garantie kaputt und habe im Endeffekt nicht viel gewonnen. So, und wenn das Teil eh schon einen Klinkenstecker hat, dann kann ich da auch einfach so versuchen, dran zu kommen. Dementsprechend habe ich mich dran gesetzt und habe ein kleines Modul entwickelt. Das ist jetzt das alte Gehäuse. Da packt man dann sein Analog-Modul drauf. Und kann das dann entsprechend mit entsprechenden Kabeln an der Brille befestigen. Hier seht ihr das schon. Ich habe einfach irgendwas genutzt, was ich da hatte. Ich habe mir hier so ein kleines Case einfach geholt, fertig. Das ist hier so ein ganz normaler Pin-Connector. Da ist auch an Technik nicht viel drin. Aber ich habe es halt eben zusammengebastelt und es hat auch funktioniert. Allerdings, zwei Sachen sind mir aufgefallen. A, die Latenz war total für den Sack. Also, es ging, aber man hat es schon echt gemerkt. Also, so ein bisschen Cruisen ging, aber nicht wirklich toll. Jetzt habe ich aber öfter schon irgendwo hier und da gelesen, dass es irgendwie an dem Modus liegen kann. Ob man Paul oder NTSC angeschaltet hat. Jetzt habe ich gemerkt, ich hatte den hier auf Paul gestellt. Und habe den dann auf NTSC jetzt einfach für den Test umgestellt. Als ich den tatsächlichen Prototypen fertig gebaut habe. Dazu komme ich gleich. Und dann war die Latenz einfach super. Aber egal. Hier habe ich halt eben so einen komischen Pinockel dran gemacht. So einen Pin, dass ich das bei mir an die Brille packen kann. So im Prinzip, wie man eine Batterie an einer Fettschark dran macht. Ich fand das aber echt nicht bequem. Also, da war mir da ein bisschen zu viel Kabelgedöns und Gebamsel am Kopf. Fand ich nicht so cool. Dementsprechend habe ich mir dann einen zweiten gebaut. Packen wir die erstmal wieder weg. Und das ist im Prinzip jetzt der eine Prototyp, den ich jetzt euch vorstellen möchte. Was ich gemacht habe ist, es geht halt alles über einen Stromkonnektor. Hier packt man einfach das DJI-Kabel dran. Weil ich meine, das Kabel hat man dann eh dabei, wenn man die Brille hat. Und warum das dann nicht benutzen? Und weil ich eben nicht so viel am Kopf haben wollte, habe ich dann hier hinten einfach Klettverschluss. Und habe es dann einfach hier an meiner Funke. Da hatte ich eh den Klettverschluss schon für diesen kleinen Analogmonitor. So und dann packe ich das einfach da dran und fertig ist. Jetzt, so es guckt auch in dem Moment hier, ich habe es falsch rum gelötet, ist auch egal. Guckt das Teil halt falsch rum. So, also anstatt so, dass man gerade den Bildschirm lesen kann, ist es jetzt so. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Es ging mir jetzt erstmal nur darum, dass es funktioniert. Und dass es für mich halt, ja, bequem ist. Weil ich packe hier einfach das Stromkabel, was ich dann mit dem Lipo in meiner Hosentasche habe, für die DJI. Packe ich hier einfach rein, passe da einfach rein. Und dann kommen hier zwei Kabel raus. Einmal ein Klinkenkabel und einmal das Kabel für die DJI-Brille. Und hier drin ist dann noch ein 5-Volt-Bag oder BEC. Der regelt das dann, dass das Modul halt 5 Volt kriegt. Ja, und mehr Magic ist da eigentlich auch gar nicht drin. Und im Endeffekt, als ich das gerade probiert habe, hat das natürlich weiterhin funktioniert. War ja jetzt nicht irgendwie großartig schwierig oder kompliziert. Aber als ich dann auf NTSC umgestellt habe, den kleinen, da war dann die Latenz sogar brauchbar. Also vorher habe ich quasi durch die Brille geguckt und habe dann das Quad einfach nur geschwenkt. Und habe dann halt dabei schon echt gemerkt, okay, wow, krass, Latency. Also jetzt nicht irgendwie super unfliegbar, aber schon echt nicht geil. Und als ich das Ding auf NTSC umgestellt habe, war das quasi im Prinzip weg. Also mit Sicherheit ist da Latency ganz normal, wie bei jedem Quad und bei jedem Kamera und was weiß ich nicht noch alles auch ganz normal. Aber ich würde sagen, also wenn das großartig unterschiedlich von der Fatshark ist, dann kann ich es nicht merken. Keine Ahnung. Übrigens nichts gesponsort, wobei doch diese beiden, nee, andersrum, diese beiden Antennen. Aber ansonsten alles selbst gekauft, DJI selbst gekauft, Dingsbla, das alles, alles selbst gekauft. Ja, ist auch kein Auftrag oder sonstiges, sondern einfach nur, ich hatte Bock, dass ich weiterhin Tiny Whoops und Toothpicks fliegen kann und habe mir überlegt, was ich machen kann. Okay, also ich habe hier das Modul draufgesetzt, ja, ganz normal. Antennen dran. Das ist soweit fertig. Dann nehmen wir die Brille. Ich packe jetzt eben den Klinken und den Stromstecker in die DJI-Brille. Das sind die beiden hier, weil einhändig ist das schwierig. So, das ist soweit drin. Das kleine Quad packen wir erstmal hier hin. Und ich habe hier mein, Entschuldigung für die Unaufgeräumtheit, das ist hier gerade alles so ein bisschen zur Seite geräumt. Ihr wisst ja, wie es ist. So, ich habe hier meinen Akku, 4S, 350 mAh, ist ein 18650er selbst zusammengebaut für die DJI-Goggle. Die Analog-Teile, die brauchen halt 5 Volt. Die Brille braucht natürlich mehr, deswegen hier in diesem Modul der schon vorhin erwähnte BEC, der das Ganze auf 5 Volt bei dem einen Strang, der dann hier den Strom liefert, runterregelt. All righty, schließe ich das hier mal an. Na, sieht man das? Geht an. Geht an. Könnt ihr jetzt natürlich gerade nicht so gut reingucken. So, passt. Also alles halt auch mit einem Kabel. Ich wollte das so ein bisschen unkomplizierter haben. Wie gesagt, das Teil habe ich dann in der Tasche. Das Ding klemmt dann auf meiner Funke. Und dann habe ich hier so ein mehr oder weniger kurzes Kabel, aber es reicht total halt bis zum Kopf eben, dass da nicht so 40.000 Kabel irgendwo dran herunter und dran hängen. Und ja, also zum Toothpick und generell auch einfach so zum Analog fliegen wird das, glaube ich, reichen. Okay, so, jetzt packe ich hier einen Akku rein. So, der kleine Mann ist an. Kriege ich das hier hin? Ah ja, das müsste gehen. Okay. Tut mir leid, wenn das hier so ein bisschen wibli-wobbli ist, aber... Es ist auch unscharf für euch, das sehe ich jetzt gerade, aber das kriegt ihr, glaube ich, noch hin. AV in. Und da ist das Bild. So. Das Ding ist... So, ihr habt es ja gesehen, tendenziell funktioniert erst mal auf jeden Fall. Jetzt will ich noch versuchen, dass ich vielleicht hier eine GoPro rein tue und in die Fetshark eine GoPro rein tue. Die muss ich dann gleich erst mal wieder auspacken. Und vorher einen Klatschtest mache. Ich kann das allerdings, ehrlich gesagt, gar nicht so gut jetzt gleich testen, weil ich habe halt nur einen Fusion und einen Rapid Fire. Und ich weiß nicht, wie die jetzt von der Latenz her sich unterscheiden. Das würde ich, glaube ich, jetzt erst mal testen. Also, wenn ich durchgucke, durch die Goggle und ich bewege das Teil hier, merke ich nicht unbedingt eine Latenz. Also, keine großartige, die ich jetzt wahrnehmen könnte. Aber vielleicht ist das ja mit dem Rapid Fire anders. Schaue ich mal. Okay, ich habe jetzt gerade mal das Rapid Fire dran gemacht und ich kann jetzt keinen Unterschied erkennen. So, das ist jetzt natürlich alles nicht wissenschaftlich super krass fundiert. Und ich habe ehrlich gesagt weder gerade die Mittel noch die großartige Lust, jetzt einen ganz exakten Latenztest zu machen. Für mich zählt jetzt erst mal nur, kann ich mit meinem Mod hier einen Toothpick und einen Tiny Whoop später fliegen, wenn halt die Wintersaison ist und ich irgendwie in der Tourenhalle rumgurke oder sonstiges. Von daher, ich präpariere das jetzt mal alles. An das eine kommt Rapid Fire dran, an das andere kommt Fusion dran. Und dann versuche ich mal mit einem Clab-Test und zwei GoPros, die ich vorher quasi durch den Klatschtest irgendwie synke, da irgendwie, keine Ahnung. Wir sehen es. Mal schauen. Vielleicht funktioniert es ja. Okay, alles soweit aufgebaut und aufgebaut. Wir haben hier eine laufende Fetshark mit dem Fusion-Modul, TBS Fusion. Hier ein laufendes Halitik-Conversion-Plug-and-Fly-Modul für die DJI mit dem Rapid Fire. Naja, beide haben jeweils die gleichen Antennen, wobei das, glaube ich, einfach egal ist. Die gucken auch jetzt gerade nicht in dieselben Richtung. Ich glaube, das ist auch, ist egal. Wie gesagt, ich will nur ungefähr wissen, ob das jetzt gleich ist oder nicht. Ich habe hier zwei gleiche Hero 6s mit jeweils der gleichen Firmware. Ich werde jetzt einmal irgendwas tun vor diesen Dingern. Also ich werde jetzt gleich auf Record drücken und dann irgendwas tun, dass ich die halt später synken kann. und dann einfach schauen, ja, dann einfach schauen. So, keine Ahnung. Schauen wir mal. So, okay. Whatever. Die kommt hier rein. Oh, ja, sorry. Die kommt da hin. Das kommt hier hin. Quad wird angestöpselt. Da sehe ich Bild. Da sehe ich Bild. Lustig. Also Latency habe ich auf jeden Fall, wenn ich es hier abfilme und durch den Bildschirm von der Kamera gucke. Aber das ist ja, das ist ja klar. Jetzt werde ich das einfach mal so so ein bisschen hin und her schwenken. Als ob ich irgendwie Pfeffer drauf würzen würde. Ups. Okidoki. Ich habe mir jetzt das Video hier angeguckt. Das werde ich euch auch einfach so direkt mit reinschneiden. Das heißt, ihr habt das jetzt auch geguckt. Und ich kann sagen, wenn ich mich echt konzentriere, dann sehe ich in der DJI minimal mehr Latency als im direkt in der HDO. Das heißt, es ist so ein bisschen so, wie das NERC in seinem Video erklärt hat, wo er ungefähr das ganze Video nicht genau wusste, ob da jetzt Latency ist oder nicht. Und am Ende dann zu dem Schluss kam, dass da ein bisschen Latency ist. Für ihn halt das kleine bisschen zu viel oder das kleine bisschen macht bei ihm jetzt als Super Pro Racer schon was aus. ist aber ganz ehrlich für mich ganz normal hier zum Toothpick fliegen in der Tourenhalle oder sonst was voll ausreichend. Also, ne? Passt. So, und ich versuche das jetzt nochmal eben schnell zu erklären, wie man das zusammenkabelt. Also, das Ganze kommt natürlich aus dem 4S Lipo oder was auch immer ihr verwendet. Und das schleife ich per Kabel quasi einfach auch direkt auf die DJI-Brille weiter durch. Dann nehme ich natürlich Plus und Minus nochmal extra, quasi wie so ein V von dieser Quelle und packe das hier in das Modul mit rein. Und habe davor eben aber den BEC, der das dann auf 5 Volt runterregelt, weil sonst schmaut einem ja das Modul durch. So, und dann gibt es noch von diesen Modulen ist nämlich das Pin-Out der ganz linke, also der hier. Das ist der 5 Volt. Zwei weiter ist der Ground. Und nochmal eins, zwei, drei weiter ist das Video. Und mehr Pinne braucht man hier gar nicht. Das heißt, man braucht effektiv nur drei Pinne. Ja, und Ground und Video geht dann einfach hier in so eine Klinke. Und das war es auch schon. Mehr Magic ist da gar nicht drin. Also, falls ihr euch das Ding selber bauen wollt, ist relativ easy. Ihr müsst nicht wie von iFlight mit diesem Conversion Kit hier das gesamte Teil aufschrauben und dann die Garantie zerstören und so weiter und so fort. Sondern das geht alles auch als relativ einfach umzusetzende Plug-and-Play-Lösung. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Dockingstation. Aber, ihr müsst gucken, dass es halt auf entweder NTSC oder Paul müsst ihr einfach mal in eurem Quad im Beta-Flight umswitchen, was da am besten funktioniert. Oder gegebenenfalls direkt an der Kamera von eurem Analog-Quad und was davon unbrauchbare Latency hat und was nicht. Das werdet ihr relativ schnell feststellen. Und die ein oder andere Dockingstation funktioniert, die ein oder andere Dockingstation funktioniert nicht. Von daher, falls ihr keine Dockingstation habt, so wie ich, könnt ihr euch sowas einfach basteln. Ansonsten geht es auch mit Dockingstation. Es geht auch mit der TBS Tango mit Sicherheit. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, von wegen mit Latency. Aber die kann ja auch im Prinzip AV-Output und hat einen eingebauten Mini-Receiver, der für jetzt so Kleinigkeiten reichen sollte. Da gibt es auf jeden Fall eigentlich genug Möglichkeiten, dass man halt auch weiterhin seine kleinen Dinger fliegen kann. Wie gesagt, das ist meine Möglichkeit jetzt. Das wird sie dann auch, glaube ich, erst mal bleiben. Und dann werde ich, denke ich, jetzt auch erst mal leider meine Fettshark nicht mehr brauchen. Fettsharks Bitefrost würde ich auf jeden Fall testen, wenn man es mir zur Verfügung stellen würde für ein Review. Kaufen werde ich es mir erst mal nicht. Also ist nicht auf meiner Prioritätenliste, um ganz ehrlich zu sein. Naja, egal. Genug mit dem Gelaber. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.